Herzlich willkommen und einen schönen Freitagabend. Ich begrüße natürlich alle genauso herzlich wie jeden. Ich begrüße alle genauso herzlich wie jeden, wie auch wir dich in eurer unserer Wir haben endlich einen Bundespräsidenten. Er ist es. Genau. Ich begrüße alle so herzlich wie jeden. Es ist auch wirklich ein schönes Deutsch. Wunderbar. Wer oder was ist ein Hobbystrahler? Ein Hobbystrahler? Ein Hobbystrahler, ja. Das muss einer unserer Heizstrahler zu Hause sein, die nur dann funktionieren, wenn sie irgendwie gut drauf sind. Hobbymäßig das betreiben. Und nicht professionell. Wirklich. Die dreht halt nach der Winterpause auf, dann stinken sie kurz. Also echt, die stinken extrem. Ja, ja, ja. Das ist der Staub, der verbrennt. Der Lurch. Ja. Dann macht der hobbymäßig noch einmal. Und dann war's das. Welcher Strahler ist das? Heizstrahler. Der Heizstrahler im Bad. Nicht im Bad. Wieso hast du im Bad keinen Heizstrahler? Da hab ich eine Heizung hängen. Echt? Ja. Das stinkt auch? Nein, der Heizstrahler im Fitnessraum. Ah, okay. Ich kenn das, aber bei mir steht's im Bad. Bevor wer bdeppert fragt, sie benutzt den Fitnessraum. Einmal Rot-Kreuz schlafen. Wir wollten nicht fragen, Geräusch. Obwohl ich auf die tippt hätte, weil das halt den Staub verbrennt. Prinzipiell richtig für den bin ich zuständig. Sie verbrennt Kalorien. Bei mir wär da wurscht. Ich glaub, das ist jemand, der überprüft, ob derjenige, der sein Hobby gerade ausübt, ob er Freude dabei hat. Du gehst zum Psychologen und sagst, ich hab so viele Hobbys, bei welchen geht's mir am besten? Und der sagt, na, machen Sie mal was machen Sie? Ja, Tennis. Dann geht der mit ihm zum Tennisplatz und schaut ihm zu, wenn er Tennis spielt. Und dann Golf. Dann begleitet er den einen Monat und dort war am meisten gestrahlt. Da sagt er, beim Golf haben Sie mir den Lustigsten ausgeschaut. Das ist ein Hobbystrahler beruflich. Das ist ein Hobbystrahler, nicht sein Hobby. Der ist ein Hockenstrahler. Wenn Männer sich im Stehen ihrer Not durft ... Im Stehen pinkeln. Wenn Männer im Stehen pinkeln, dann erzeugen sie ja auch einen gewissen Strahl. Der natürlich ab einem gewissen Alter nur mehr so ein Hobbystrahl. Aber ab einem gewissen Alter kann man gar nicht mehr von Strahl reden. Natürlich. Hobbytröpfler. Aber das hast du ja nicht gefragt, was ein Nachttröpfler ist. Es kommt halt nachher. Endstadium ist ein Zerstäuber. Wahnsinn. Das finden auch gerade nur die Männer lustig, oder? Ja. Ach so, ist das tatsächlich eine von diesen Lava-Lampen von Leuten, die in den 70ern hängen geblieben sind und da nicht rausfinden? Aber die strahlen doch nicht, oder? Die leuchten ja nur. Ja gut, man ähne. Die sind leicht hinterfragen, die sind ja nicht sonderlich. Ach so, ja. Die geben ja auch gar nicht. Wo sollen so Bubbles aufsteigen? Genau. Ja, eigentlich hochgradig giftig, aber man denkt sich bei dem Geschmack an Einrichtung gesehen, ist ja schon egal. Also ich hab sowas zu Hause, dem sag ich Slamper heute. Ja. Ihr habt sehr viel Freude mit unserer Lava-Lampe. Ja, also ich hab meine Lava-Lampe gestern, ich hab ein bisschen Bronchitis gehabt, hab mit meiner Lava-Lampe inhaliert und dann kommen die besten Begrüßungen raus. Also ich sag's ja, ihr kennt auch das Zeug fort. Unser Thema ist die Schweiz und ich glaube, viele Schweizerinnen und Schweizer, die jetzt zuschauen, werden wissen, was ein Hobbystrahl ist. Ja, aber die sammeln auch Kaffee-Rahmdeckel mit. Ja, aber es ist nämlich ein Begriff aus der Schweiz. Okay, hilft uns natürlich weiter. Ja, in der Schweiz, was haben die? Berge. Oh Gott! Berge? Ja, Berge, Berge, Berge. Ski-Bissen. Gut, gut, gut. Nein, Berge ist gut. Die in den Bergen auf der Suche waren nach Quarzen und Kristallen. Diese wurden dann durch sorgfältiges Säubern zum Strahlen gebracht. Und das war früher ein eigener Beruf. Und heute ist das kein eigener Beruf. Deswegen sind's Hobbystrahler. Alles klar? Ja. Hobby-Mineralologen hätte man auch sagen können. Ja, aber das ist... Aber dann hätten wir, wenn wir draufkommen. Ja, ja, richtig. Ist ja nicht der Sinn der Sendung. Also wir wollen entweder wissen, was ist eine Darmbremse oder eine Schwanzbremse. Also du kannst jetzt mal sagen, worüber wollen wir raten? Ist dein Geburtstag, bitte. Ich würde lieber die Schwanzbremse nehmen. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Ich hab gewettet. Ich hab gewettet. Er nimmt die Schwanzbremse. Und wenn die bergab zu schnell wird, dann fährt sie hinten so den Schwanz raus und bremst damit. Vielleicht ist das die Schwanzbremse. Das ist sicher auch eine Schwanzbremse, aber nicht die, die wir suchen. Okay. Du Oliver, und ist die Darmbremse und die Schwanzbremse dasselbe? Nein, das sind zwei völlig verschiedene Begriffe. Vergiss jetzt. Die Darmbremse vergiss, die ist vorbei. Die ist vorbei. Es geht jetzt. Wohl nur ein paar Zentimeter dazwischen. Du dis, Runtem Andreas Witterseck. Gehen wir weg von der menschlichen Anatomie. Okay. Nein, gehen wir nicht weg. Wir sind nicht der besten Weg. Ich hab gedacht, wer große Hunde zu Hause hat, kräftige Hunde, die können einen ganzen Tisch abräumen. Einfach wenn sie sich freuen und mit dem Schwanz wedeln. Und vielleicht gibt es dann einfach so eine Vorrichtung, wo man diesen Schwanz fixiert. Falls sich der Hund zu viel freut. Und damit irgendwie die Kaffee, Heferl und das Porzellan am Tisch bleiben. Man merkt, du bist Katzenbesitzer. Wieso? Das, was du meinst bei den Hunden, das nennt man Kubieren. Was nennt man das? Kupieren? Kupieren, ja. Nein, kopieren ist das, wenn man Blan reinlegt und man sich kopieren. Kupieren. 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 Also die Gute ist Runtum Andreas Witterseck. Das geschenk ich aber heut ned her. Ich kann halt immer. Du kannst die am 1. Mai weiterschenken. Das heißt, wenn du einen zweiten Hund haben willst, gibst du ja mal die Kopiermaschine. Beim Rodeo vielleicht, wenn man hinten den Stier kurz einmal bremst. So wie Handbremsen. Das ist dann die Schwanzbremse. Er hat vielleicht keinen Hund, aber du bist noch nie Rodeo. Ich bin noch 9. Du, vielleicht gibt's ja verschiedene Bremsen im Auto. Vielleicht gibt's eine neue Erfindung. Die Kolbenbremsen, Scheibenbremsen, vielleicht gibt's eine Schwanzbremse. Wie bedient man denn die? Ja, genau. Uli, bitte, komm. Erklär mir jetzt genau, wie man im Auto die Schwanzbremse anzieht. Bitte schön. Ulrike Beinpolter. Nein, die ist ja im Inneren. Wo? Im Motorraum? Ja. Das heißt, wenn du bremsen willst, machst du den Motorraum. Du musst aber vorher stehen bleiben. Nein, nein, nein. Die hat eben nicht zwei Kolben oder Scheiben, die die Bremse so bedienen. Sondern das ist ein langer Schwanz. Zwei Schwänze? Und das wickelt sich herum und deswegen bremst. Die Uli hat Kolben. Haben Sie das gehört? Bitte haben Sie das, Uli. Wunderbar. Die Uli hat schon recht. Die Pferdenstärke sind. Weil Pferde drin sind. Weil Pferde drin sind. Nein, man sitzt im Auto drinnen. Und man fährt zum Beispiel bei ihm. Und da fahrst du freihändig. Du tust die Haxen aus. Schau, und jetzt bremse ich. Die Schwanzbremse. Ich find's schier. Ja, es ist auch ein Depper, der Gris hat mir die Darmbremse genommen. Oder dafür ist es viel leichter. Ich merke anhand dieser Antworten, dass ihr allesamt nichts mit Viehzucht zu tun habt. Sonst würdet ihr sofort wissen, was eine Schwanzbremse ist. Wenn die Kalbinnen das erste Mal gemolken werden, sind die sehr unruhig. Warte, ja. Bitte? Und du warst beim ersten Mal Melken sicher nicht unruhig. Das versteh ich nicht. Das willst du nicht verstehen. Der Bauer hat es mit unbändigen Kühen zu tun. Und deswegen gibt es da einen Trick. Es wird auch Texasbremse genannt. Vielleicht haben sie's dort entwickelt. Die Schwanzbremse ist so, dass sie mit dem Schwanz fixiert werden. Der wird über den Rücken hochgehoben. Und das ist extrem schmerzhaft für die Kuh. Und deswegen bewegt sie sich nicht mehr, weil sie dem Schmerz ausweichen will oder vermeiden will. Und dann kann man aber in Ruhe gemolken werden. Ja, nicht sehr nett, aber effizient. Das ist das Ding der Woche. Na wusch. So da. Und ja, wir geben's diesmal einfach so weiter. Ja, nicht schweißen. Nein, 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 das darf man ja nicht schweißen. Da müsst ihr wirklich aufpassen. So, was ist das? Du darfst heute anfangen. Es hat einen Spiegel. Ja, genau. Grob schaff ja mehr schweißen. Ich glaube es zu wissen. Du glaubst es zu wissen? Dann gibt's aber trotzdem noch mal. Ganz schnell soll jeder von euch in der Hand haben. Also ich glaube es. Okay, gut. Dann gib's weiter. Ich hab's glaub ich nämlich auch zu Hause. Nein, 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 warte! Warte, 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 warte. Warte, warte. Dann weißt du auch, was du willst. Wohn's hier zusammen? Nein. Gelegentlich. Ja, aber das zeig ich ja nicht. Ich hab mir zuerst gedacht, man kann das ja so am Boden legen. Warte, gibst du deine Sachen weg, damit wir's auch schön sehen? Ja. Ja, herrlich. Inspiriert durch diese ... Oh, servus. Von unten sollte man sich nicht anschauen. Inspiriert durch diese Geschichte vorher. Vielleicht, wenn man sich an Stellen, die nicht leicht zu erreichen sind, einschmieren muss. Kommt ja mal vor. Schatzi, ganz kalt. Du weißt ja, was das Lustige ist. Du weißt doch immer. Ja, aber wisst ihr, was jetzt gerade passiert? Das war eigentlich nur als Gag gedacht. Der Spiegel? Nein, das Ding der Woche. Und ihr hattet's jetzt wirklich. Wir haben heute redaktionell besprochen, okay, bevor du das Ding rausholst, holst du das raus. Bevor du das Ding rausholst, ja. Das richtige Ding. Ja? Musst du zumindest mit mir reden. Das ist fast lustiger, raten wir weiter. Ja. Es ist nur ein spontaner Geld. Die Antwort ist ein Spiegel, oder was? Aber ist der Gedanke, weil er ... Ich könnte auch einen Preis, hab ich mir gedacht, für ganz eitle Menschen. Ja. Schönste im ganzen Land, Stefan. Genau. Schönste im ganzen Land. Sehr schön. Ich hab viele solche zu Hause. Aber die Gedanke, Kathi, war gut. Was macht man wirklich, wenn du ganz allein bist? Naja, was ... Und willst du ein Wimmerl am Arsch aus? Ja? Naja, da ist man froh um so was. Jetzt weiß ich, wofür wir das verwenden werden. Ich bin froh, dass wir so was zu Hause sind. Ja. Wieso weißt du nicht, dass wir das zu Hause haben? Wenn's der Wimmerl am ... Dann gehst du ja auch nicht zum Nachbarn und sagst, Schauen Sie kennen Sie. Aber wieso weiß die Kaffee nicht ... Kommt doch an, wie gut du mit deinem Nachbarn bist. Das hat er, glaub ich, in seiner geheimen Lade. Und immer, wenn er irgendwo ein Wimmerl hat, hol ich das halt raus. Ich bin froh, dass ich's nicht weiß. Wo hast du das, wenn du's zu Hause hast? Äh, ich hab's ... Was ich noch nicht so genau sagen, weil wir wollen ... Da gibt's bei uns im Haus eine Tür, die ist immer verschlossen. Okay. Wo wohnst du noch? Da schalte ich das Zimmer dahinter. Claudia, Katharina, Entschuldige. So, wir haben die kurze Pause, die kurze Werbeeinschaltung genützt. Ja, wunderbar. Ich stelle fest, dass hier offensichtlich etwas verborgen wurde von der Redaktion. Da steht etwas drauf. Ja, und der Lukas darf's dann abnehmen. Ja. Es könnte sich um eine Gravur handeln. Und es ist etwas, was man in so kleinen Geschäften als Geschenksidee verkauft. Ich hab's in einem großen Geschäft auch schon gesehen. Dann war's nicht das. War auch ein bisschen größer. Aber es gehört auch dir, Gerhard. Es gehört der Kathi, es gehört dem Thomas, es gehört der Ewa. Weil es ist ORF-Besitz und der ORF gehört uns ja auch. Jetzt bin ich mal tausendprozentig sicher. Wie wir. Ja, was mich total verwundert, ist diese ... Ja, das war mal eine SIM-Card. Ah, das waren die frühen SIM-Carden. Ah, das Telefon war ja noch so groß. Das ist ein SIM-Card für ein Senioren-Handy. Da müsst's aber die Eva wissen. Da ist die Eva ja total. Die Eva hat ein Senioren-Handy. Die Eva hat ein Senioren-Handy. Ich? Die Eva, deine ... Deine ... Gut, ist bitte weg, damit wir schon ... Guck da noch was. Hast du noch ... Ich glaube, wir ändern gerade das Programm. Also, ich ... Du hast glaubt, dass wir sagen, was soll das sein? Ich hab gedacht, dass ihr sofort sagt, ah, das ist ... Ah, das ist ... Ah, das ist ... Ah, das ist ... Das ist ein Spiegel in einem ... Wir sind jetzt in einer Rate-Runde, die so nie geplant war. Cool! Ich wollt das als Gag raus. Ich war überhaupt nie geplant. Ich würd mir noch schnell das Wimmerl ausdrucken. Kann man das auch reißen? Na ja. Ja. Na, was machst du mit? Machst du stammend? Okay. Schnell, weil's tut weh. Ah! So, und was steht drauf? Österreichischer Kabarettpreis 2016. Publikumspreis ... Ah! Was? Verliehen an ... Was gibt es neu? Oh! 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 Das ist er. Ja! Und an dieser Stelle ... das war jetzt nicht geplant. Es war gerade ... Es war so lustig, euch beim Ranten zu sehen, weil ich durfte diesen Preis nur übernehmen, aber in Wahrheit ist es ... Es ist Euer Preis. Bist der diddiert der Preis. Aber ich möchte das wirklich von ganzem Herzen, das ist euer Preis, stellvertretend für all die vielen Damen und Herren, die jeden Freitagabend hier sitzen und hier gute Laune verbreiten mit ihren tollen Antworten. Danke vielmals für diese vielen, vielen, vielen Jahren. Aber deine Fragen sind auch super. Ja, ja. Was du dir da immer antun. Ganz wichtig, ganz, ganz wichtig sind die Damen und Herren da draußen. Die haben nämlich gevotet online, dass wir diesen Preis bekommen und dafür möchte ich mich ganz recht herzlich für ihnen bedanken. Es ist ein Publikumspreis. Es ist ein Publikumspreis. Alle Dieter draußen. Sie haben auch gevotet. Ja, die Dieter draußen. Ja! Super! Aber für was anderes. Große Freude. Ja, genau. Ich stell ihn jetzt daher. Aber jetzt machen wir Folgendes. Jetzt machen wir's ernst. Es war wirklich nur als Scherz gedacht. Ja. Machen wir jetzt trotzdem regulär weiter. Weil ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wann uns das wieder in die Sendung passt. Wir sollen verlängern, die Sendung. Ja. Ach du Scheiße. Das ist nämlich jetzt das richtige Ding der Woche. Und darum zeig ich Ihnen jetzt auch ein Insert, wozu dieses Ding der Woche dient. Und ja, bin sehr gespannt. Es könnten natürlich einige auch drauf kommen, weil sie einen Bezug dazu haben. Ein Hochzeitsnudel für Mars-Menschen. Weil sie einen Bezug dazu haben. Also diesmal weiß ich nicht, was es ist. Ich hätte immer gedacht, dass du gerade das hinter dieser Türe hast. Ja, stimmt. Vielleicht für die Ringe. Ein Ringhalter. Ein Ringhalter. So ein Schmuckständer. Ein Schmuckständer. Ein besonders Schircher. Ein besonders Schircher. Genau. Hängt's den Mantel auf. Ach so, das geht rüber. Nein, normalerweise nicht. Hört das so? Hast du's hingemacht? Nein, nein. Ich bin für diese Sachen verantwortlich. Ich muss die zurück schicken. Das war schon, sagt er. Wenn mir die Leute dann sagen, der Bayer hat mein Ding ruiniert. Naja. Naja. Er kauft immer Sachen rein, haut's zusammen und bringt sie um. Das war schon. Das war schon der Kühlschrank. Ach so, schau, das kann man ab. Was ist denn? Ah! Was ist denn? Hast du's jetzt abgerissen? Ja, meine Damen und Herren, jetzt ist es abgebrochen. Man kann es nicht mehr einbauen. Nicht abgerissen. Moment. Das gehört der Frau Elfriede Peter. Aber die Elfriede sieht doch, dass du's nicht warst. Die sieht doch, dass es er war. Die schickt das doch nur, die schaut sich doch die Sendung nicht an. Ach so. Das stimmt natürlich nicht. Das muss schön traurig sein. Das gibt's nicht. Das war schon porrös. Die Frau Peters. Alexander Rabitz wird sich zu einem Abendessen einladen. Das tut er wahnsinnig reizt. Aber kann's nicht sein, dass die Frau Peters das nur geschickt hat, damit wir's entsorgen? Ja. Weil's schon hin war. Das muss nämlich nach Simmering. Sondern ganz gemein hat sie's daheim irgendwie mit seinen U-Gurts anbickt. Das hat sie's uns geschickt und wir sind jetzt in die Falle gegangen. Für Schutzhandschuhe angehabt. Weil das Gift ist. Muss man in Simmering bei 2000 Grad verbrennen. Naja, man kann natürlich. Es ist ein super Shisha für mehrere Leute. Und ich nehm die Leute auch noch in Schutz. Danke, Frau Peters. Vielleicht für eine Frau Peters. Und ich nehm die Leute auch noch in Schutz. Danke, Frau Peters. Vielleicht für eine Frau Peters. Ja, im Krankenhaus ist ja oft irrsinnig viel los. Ja. Und äh ... Frage nicht. Da kommen ja irrsinnig viele Leute hin und so. Und ich hab mir gedacht, vor einer Operation bekommt man ja oft einen Einlauf. Und dadurch geht's nämlich relativ schnell. Weil da können eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Menschen gleichzeitig einen Einlauf bekommen. Und die kommst dran währenddessen. Kannst hier das Glystir-Glycerin reintun. Und dann hängen alle da dran? Ja. Aber es ist so, sondern umgekehrt. Ja. Wie soll denn das gehen? Flüssigkeitstechnisch ein Einlauf für neun? Ja. Elf sind's, glaub ich, sogar. Wir haben noch ein kleines ... Die Schwester tut ja ständig nachschütten. Ja. Gut. Danke, Schwester. Gerne. Ich hab nix mehr. Ja. Ja. Wuh! Danke. Ja, wie arbeitest du da? Geh rein! Ja, Moment! Ich krieg so a Plastik-Futzerl, dann soll ich was da raten. Ich hab das alles getan. Ich hab auch so'n Party-Igel. Ja. Das geht in die Riegel. Ja. Da steckst die russischen Mayonnaise-Eier drauf, damit's nicht wegfliegen. Was für ein Party-Monsten ist ein Eierzentrifug. Und da würd ich die Brezeln drauf schlichten. Genau. Schlichten. Oder ein Prosciutto rumwickeln, ne? Auf der Igel-Party. Und einer sagt, der Igel ist gelandet. Erstes war wieder eine Igel-Party. Das hat der gesagt, am Mond. Oder drauf füllst du den Lipdauer-Käse ein? Ja, genau. Und da unten liegen die Soilettis und das kann man so drehen, so ähnlich wie beim Fondue-Essen. Ja. Und das Problem ist nur, dass die Flüssigkeit da oben da unten rausläuft. Das müssen wir noch lösen. Ja. Das sind ja Soilette. Glaub mir, das müssen sie nicht lösen. Ach so. Kannst du gucken. Oder es ist ein Torten. Ihr hättet das alle. Ein Tortenzerstörer. Ja, ihr alle hättet das verwenden können. Die einen früher, die anderen später. Ach so. Einlauf? Nein. Hätt ich gleich vor dem Einlauf. Wie im Leben oder im Laufe des heutigen Abend? Nein, im Laufe ihres Lebens. Im Laufe des Lebens. Im Laufe des Lebens. Also du hättest... Also der Lukas schon früher. Der Lukas schon viel früher. Ja. Der Lukas vor langer, langer Zeit. Langer, langer Zeit. Dann hätt's der Gerald verwenden können, glaub ich. Und dann hättet's die Eva verwenden können und dann hättet's es ihr verwenden können. Dann geht's um Kinder. Ja. Verhütung. Wir haben's aber nicht verwendet. Ruhh! Wir sind ja nicht verwendet. Genau, Lukas. Super, das ist eine Spirale. Ein Schnullerständer. Geht schon in die richtige Richtung? Ah, ja. Was gibt's noch? Flaschen wärmer. Nein, nicht wärmer. Aber, 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 aber ... Da steck ich die Flasche rein. Und dann haust du's weg. Da häng ich die Zutzer auf zum Trocknen, oder? Ja, zum Trocknen. Ja, die Zutzer zum Trocknen aufhängen. Wenn man's gewaschen hat. Ein Abtrockding. In der Mietenwursthaus, dann hängst du's auf. Eine Zutz-Waschmaschine. Ja, ja, ja. Das ist richtig. Ja gut, was soll die Frau Elfriede damit anfangen? Ja. Ich versteh ich schon. Vielleicht hat sie's mal gebraucht und jetzt schickt sie's uns. Ach so. So, pass an. Vielleicht kannst du das ganz kurz so demonstrieren. Ich werde versuchen aus der, ähm ... Aus der ... Aus der ... Aus der Bedienungsanleitung, sondern aus der Anleitung. Bitte, sagen wir's an. Pass auf. Nehmen Grüne niederhauen. Plus viel weniger. Dann schalten. Bitte? Ich zitiere, damit wir das auch richtig schön genießen können aus der Produktbeschreibung. Es verfügt laut Produktbeschreibung über ein einzigartiges, stilvolles Stil. Design. Ja. Das ist gut. Check. Check. Und dient dazu, ausgewaschene Babyflaschen, Trinkbecher und Milchpumpenzubehör zu trocknen. Super. So. Jetzt, zu diesem Zweck verfügt es, bitte das jetzt zu demonstrieren. Ich zitiere. Über einen eingebauten Auffangbehälter für wirksames Abtropfen. Nein. So. Entschuldige. Die Dauerstoffmaske kommt von oben herunter. Schwimmbeste unterm Sitz. Drehbasis für einfachen Zugriff. Danke. Elfriede Peter aus Schwartort. 300 Euro Büchergutschein. Und Lukas Resetarets. Ich hab kein Pudi mehr. Aber okay. Aber man merkt, du kommst schon Teleshopping. Ja. Nein, ich weiß nicht, wie du schaffst. Wow, super. So, dann. Aus dem der Woche. Schönen guten Abend. Ich bin die Marie. Ich komme aus Bayern. Und meine Frage lautet, warum wurde im April 2002 jeder Engländer dazu aufgefordert, seine Hand auf eine Zeitungsseite zu legen? 2002 Engländer und wurde dazu aufgefordert, Hand auf eine Zeitungsseite zu legen. Es war Tag der Frauenrechte. Und da gibt's ja auch so mehrere Zeitungen, wo es eine nockerten Seite gibt, wo es ein nackter Bild gibt. Und dann haben sie gesagt, ja, um die Ehre der Frau zu schützen, werden alle Engländer dazu aufgefordert, dass sie da zur richtigen Zeit... Erst die Scheißheftl kaufen und dann... Und dann machen wir's wieder gut. Dass sie nicht Hand an sich legen, sondern Hand aufs Foto. Und sogar Männer und Frauen haben das getan. Männer und Frauen, weil, ja. Zum Schutz der Rechte gibt's keine Geschlechtertrennung. Auf der Nackten auf Seite 3 wird so quasi die Hand drübergelegt. Bitte der Nackten auf den Busen greifen, um die Rechte der Frau zu verteidigen lassen. Ja, das wollt grad sagen, da haben sie die meisten Männer gedacht, mache ich jedes Mal. Ja. Oder? Ja, ja. Ja, 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 ja. Nein, 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 nein. Ich darf dir nichts mehr geben. Nein, nicht das. Bitte nicht. Ich darf dir nichts mehr geben. Oh, ja. Ich darf dir nichts mehr geben. Die Monika hat mir Feuer sein. Nicht diese Schlumpfhaube, bitte. Nein, ich will eh nicht. Ich will ja auch nicht Schlumpfhaube. Gibt's mir, Oliver. Ich will diese Perücke. Gibt's mir. Was, das ist eine Perücke? Ja, das will ich haben. Diesen Irokesen. Was? Ja. Danke. Danke. Das ist ein Irokesen? Tatsächlich. Also, ich find so Enos noch stärker in der Zwischem. Ein tolles Material. Diese Fasern, die werden ... Rauchers sollten sie nicht tragen. Die Fasern werden gemacht aus diese ... Von Pissoir die Kugel. Und in die Kläranlage, das wird dann versponnen. Gehör auf. Du vermisst mir so ein Pissoir. Super. Nicht okay. Brille muss dazu. Ja, so ist super. Schickst mir dann ein Foto vom Campingplatz. Wie der junge Elton John. Und da Zeitungsseiten? Nein, nein, nein. Auf eine Zeitungseite. Waren alle aufgerufen, also amtlich, oder war das eine Aktion, dass die Sun sagt, bitte heute unbedingt kaufen, weil unsere Seite 5-Dame erscheint im Reliefdruck. Nein, nein, aber ich glaube, dass es natürlich ein Boulevardesker Zugang war, soweit ich die Antwort kenne. Und das war natürlich die Sun, logischerweise. Und du kannst dir jetzt schon vorstellen, dass es in eine Richtung geht, die ein bisschen ... Und ich möchte an unser heutiges Thema erinnern. Und jetzt zählen wir eins und eins zusammen. Unser heutiges Thema plus legen Sie Ihre Hand auf eine Zeitungsseite von der Sun. Irgendeine Fußballmeldung. Ah! Ja! Eine Fußballmeldung, damit man sie nicht lesen kann, dass die Engländer, dass sie verloren haben. Die sind zu Hause gefahren damals, oder? 2002, was war denn da? Da war er WM. Da war ein Neubau bei uns. WM oder EM? Nein, nur Regierung. Alle vier Jahre? 16, 12 ... Nein, WM. WM war. Und die haben ganz übel gespielt und sind ziemlich schnell ausgeschieden und nach Hause gefahren. Und warum müssen Sie dann die Hand auf eine Zeitungsseite legen? Was war denn auf der Zeitungsseite? Was war da abgebildet? Das Ergebnis. Wahrscheinlich hat der Herr Rooney irgendeinen ... Rooney, Rooney, Rooney. Es gab jetzt keinen anderen. Ah, wen gibt's noch? Jetzt halt schon. Aus dem, was davor, aus dem, was davor. Der Rooney war schon mitgespielt. Vor der WM, meine ich. Es war vor der WM. 2002 gibt's ein Vor- und Nach der WM. Eben. Wie heißt der Fesche? Der Fesche? Der Beckham. Der Beckham. Wir nähern uns der Antwort. Der Friseur hat einen ganz schich verschnitten. Der Beckham hat die Unterwäsche. Nein, nein, nein. Die Unterwäsche hat er ... Der hat nicht auch so Tattoos, wo er sie verschrieben hat? Unterwäsche? Nein, verschrieben nicht. Aber er hat wirklich ein schiches Kreuz im Nacken. Hat er eine Zeit lang gehabt. Da hat er jetzt eh ein Cover drüber. Aber hat der damals schon seine Unterwäsche präsentiert? Das weiß ich doch nicht. Hat er ein Bäckerl mit einem Rechtschreibvöller gehabt? Ja, das hat aber ... Ein Bäckerl? Und deswegen muss die Hand auf die ... Ja, das ist ja peinlich. Das ist peinlich. Ja, aber ... Der Chef, der Queen, steht zum Felsen. Und die Queen war grimm wie Freddy Queen. Das heißt, der Beckham war vor der WM. Ja. Was war da? Hä? Warte, fragst du ihn bitte? Ich wüsst's, aber ich sag's nur, wenn ich das krieg. Pass auf, das riskier, wer hat keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Gib her! War leid. Dann fragen wir doch ganz einfach die Marie aus Bayern. Habt ihr eigentlich einen Hamster in der Gresshaus? Rudle! Entschuldigung. Ich freu mich schon aufs Ende der Sendung, wenn ich ihn dann mit diesen Goodies ins Publikum begleiten werde und dann persönlich dafür sorgen werde, dass er das weitergibt. Gut, wir fragen die Marie aus Bayern, warum 2002 vor der WM die Engländer ihre Hand auflegen mussten. Und da steckt schon einiges drin. Es war so, im April 2002 hat sich David Beckham den Mittelfußknochen gebrochen. Und das war natürlich ein Desaster für alle englischen Fußballfans, weil die Fußball-WM bevorstand. Daraufhin hat das britische Boulevardmagazin Sun ein Bild von David Beckhams Fuß auf die Titelseite gesetzt. Und alle Leser dazu aufgerufen, um Punkt 12 Uhr ihre Hand auf dieses Bild zu legen, um die Verletzung zu heilen. Schönen guten Abend allerseits. Wir freuen uns schon riesig auf die Spiele und auf die EM in den Niederlanden. Deshalb auch eine niederländische Frage. Man kann dort nämlich gelegentlich Menschen am Flussufer sitzen sehen, die eine Angel ins Wasser halten, an der ein Holzschuh dran ist. Wieso? Das ist denen ihre Papierzeit. Da tun sie sich aus drei Papiere zuerst eine dicke Zigarette machen und dann sitzen sie und schauen im Holzschuh zu. Die Angel nach der Antje, nach der Maischje, nach dem hübschen Mädchen. Mit einem Schuh? Mit einem Schuh. Die ziehen das dann nachher an, die Antjes und Maischjes. Ich hab heute eine niederländische Frage gehabt, ich hab schon gesagt, ja, ich freu mich mal. Aber der Günther Leiner kann uns die Frage vielleicht beantworten, weil ich hab gehört, dass du erst letztens in den Niederlanden in Amsterdam warst. Ja, ich war in Amsterdam. Kannst du dich erinnern? Ich bin auch am Fluss gesessen, hab aber Bier getrunken. Das war ganz was anderes. Ich weiß, warum. Weil ich einen Dursch gehabt hab. Ja, genau. Was hast du in Amsterdam gemacht? Beruflich oder privat? Privat. Ach so, ich weiß es nicht. Nein, ich war in Amsterdam. Aber ich hab jetzt grad überlegt, ich hab keinen einzigen Holzschuh gesehen. Im Wasser? Eine Tulpe, alles was das Klassische. Nur Rollfahrer. Es waren irrsinnig viele Rollfahrer. Ja, das stimmt. Also ich hab mich gefürgt vor die Rollfahrer. Fiezen, ich glaub, die auch die bei dir. Nein, aber ich hab keine Ahnung, die Holzschuh, warum das ... Nicht Rollschuh, Holzschuh. Ich hab ja gesagt Holzschuh. Ich hab gesagt Holzschuh, hab ich gesagt. Okay, ist gut. Es gibt, wenn wer fischt, dann fischt er ja auch als Köder mit Fischteilen. Es gibt manche Fische, die die Fische fressen. Ja. In unserem Aquarium funktioniert das so. Ja, die fressen sich gegenseitig. Die nehmen Stammkais, nehmen sie die Holzschlapfen. Stammkäse. Was? Als Köder. Als Köder. Entschuldige, welcher Fisch frisst einen Holzschuh als Köder? Der Sägefisch. Na eben nicht. Fressen. So, danke, nächste Frage. Eben nicht. Wer sagt denn, dass die nach Fischen angeln? Wann sie angeln? Wann sie einen Schuch drauf haben? Das ist die vollkommen ... Die angeln vielleicht Flossen. Flossen? Flossen. Von Fischen? Nein, Flossen von Tauchern. Flossen, der Fisch hat ja auch Flossen. Oder alte Vorrallen sind genug in die Krachten. Da hätten sie aber ein Fahrrad oder einen Reifen draufhängen. Da hätten sie wahrscheinlich auch Luftpumpen als Köder. Oder es gibt einen relativ groß gewachsenen Art Einsiedlerkrebs in diesen Krachten. Wir reden nicht nur, weil er in Amsterdam war, heißt das nicht, dass wir von Amsterdam reden. Sondern wir reden auch von ... Meer. Ja, Holland ist ja durchzogen von Flüssen und Kanälen. Und so weiter. Die liegen ja unter dem Meeresspiegel. Großer Einsiedlerkrebs und die suchen immer verzweifelt nach einem Häuschen, nach einer Bleibe. Und die ganzen größeren Muscheln und Schneckengehäuse sind schon vergeben. Und deswegen, wenn man die jagen will, dann suggeriert man ihnen, dieser Holzschuh ist frei. Der zieht quasi ein und dann macht man einen Zupfer und dann hat man eine leckere große Languste da. Da steht nämlich auch drauf, das habe ich mir deshalb mein einziges Stück holländisches, habe ich mir gemerkt, weil es mich auf einem Stadtbummel nach Amsterdam eben in dieses Rotlichtviertel verschlagen hat. Und da waren aber, das sind ja so Einzelkabinen, wo man praktisch, wo die drinnen sitzen oder damals ... Das höre ich zum ersten Mal! Und wenn ... Und mittlerweile, die sitzen, also das Auslagensitzen gibt's glaube ich nicht mehr. Nein, was gibt's nicht mehr? Aber angeblich ist das verboten inzwischen. Aber jedenfalls weiß ich jetzt, was auf niederländisch Zimmer zu vermieten heißt, was ich nämlich im Rotlichtviertel kamerte Hur. Und das steht am Holzschuh, der Einsiedlerkrebs setzt sie ein, draht den Fernseher auf, schiecht uns, denkt sie, was ist das für ein Trottel? Weiß doch jeder. Aber das heißt nicht Hurenzimmer, sondern das heißt Raumzufolge. Ja, Raum zu vermieten. Ich weiß noch zwei weitere holländische Wörter, wenn ich Sie bitte sagen darf. Ja, bitte. Das eine ist, Stereoanlage heißt Stereo-Installaci und Elefantenrüssel heißt Olifantenschlurf. Aber wir hatten im allerersten, was gibt es neues Ausgaben, hat Armin Assinger, glaube ich, gefragt, weil er den Domino-Day moderiert hat. Brummvize. Brummvize, das sind die Mofas. Genau. Brummvize. Na, Heineken und Amstl. Heineken und Amstl. Bravo. Jetzt fragen wir die Viktoria Schneiderbeck und die sagt uns, warum Holländer an Flüsse Ufern stehen und irgendwie Holzschuhe mit einer Angel irgendwo reinhalten. In den Niederlanden gibt es sehr viele Flüsse und Kanäle. Dementsprechend gibt es auch sehr viele Zugbrücken und Schleusen. Und jeder, der mit dem Boot da vorbeifahren will, muss Geld an die Brückenwärter zahlen. Deshalb halten diese dann ihre Holzschuhe ins Wasser, damit die Passagiere ihr Münzgeld da reinwerfen können. Bitte, wäre doch ganz einfach gewesen. Nichtsdestotrotz, wundervare Antworten und richtige Antworten sind dabei gewesen. Danke an euch und das gesamte Rateteam, an Sie hier im Tal und bei Ihnen zu Hause. Ich freue mich noch auf ein Wiedersehen. Schönes Wochenende.